Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst den Namen und einen Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Na Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary, wo wir endlich dieses Champion Monster hier bekämpfen. Es scheint eine Pflanzenschwäche zu haben. Ja, wir haben nur einen im Team, glaube ich, der wirklich Pflanze beherrscht. Sven muss im Team bleiben, genauso wie Sunny, weil die die Damage-Dealer sind. Erst einmal Kraft, damit jeder Power hat. Hm. So. Dann mache ich jetzt erstmal Eishagel. Schade, kein Frost. Und ich will erst, dass der Rüstungsbruch hat. Weil Rüstungsbruch ist immer gut. So. Jetzt kann ich immer Federsturm machen, um die Kombo hochzuhauen. Ich glaube, ich wechsle doch eben zu Cypher. Weil der scheint ja irgendeine Pflanzenfähigkeit zumindest zu haben. So, dann mache ich jetzt Schleimschuss, dann kriegt der nämlich Gift. Aua. Der hat Giftbombe. Hm. Nochmal Kraft. Einmal die Giftbombe. Und den Schleimschuss. Ich würde, glaube ich, erst den Schleimschuss machen. Ich weiß, dass ich das Gift stacken kann. Ladestrahl. Alter, ist der heftig. Ich hoffe, eins meiner Monster kann auch Ladestrahl lernen. Okay, Federsturm kann ich gerade nur den ersten machen. Aber macht ja trotzdem sehr hoch die Kombo. So, Giftbombe als letztes. Schleimschuss. Und jetzt die Giftbombe. Ham. Also dieses Champion-Monster ist nicht so stark. Das, was wir davor bekämpft haben, das, äh... Ich glaube, das war ein Skelett-Monster. Das war mega stark. Also das hat uns auch ordentlich Probleme bereitet. Mal kurze Frage. Macht mehr Schaden? Ja, natürlich die Giftbombe. Aber die ist halt nur einmal vertreten. Da würde ich erst die Giftbombe von Cypher machen. So, zweimal Giftbombe. Und es ist... Äh... Warte, warte. Wieder versprochen. Und es ist auch schon fast tot. Sven leidet zwar ein bisschen, aber das ist egal. So, Federsturm muss immer reingehauen werden, damit die Kombo hoch bleibt. So, und jetzt kommen die drei Giftbomben. Oder zwei, weil eine gekrittet hat. Nice! Ich habe ein Schurchen gekriegt. Das wäre was für meinen Giftmeister hier. Zwei haben Level-Up. Und jetzt bin ich eine Sucherin. Aber die Gegenschöne sind verfügbar und die unendliche Arena ist jetzt zum Turm verfügbar. Wow! Das ging schnell! Äh... Äh... Okay, Heilung. Ich überlege gerade, was ich ihnen gebe. Hm... Hm... Mana hat der Mehrheit genug. Machen wir einfach mal hier... das Schild des Saboteurs. Das klingt nützlich. Was geben wir dir? Ich überlege gerade, ob ich Blitzsieb oder Blitzschlag verbessere. Na komm, Blitzsieb. Dann ist das mal ein bisschen stärker. Und in der Ausrüstung natürlich... Schuriken. Ja, ist deutlich besser für ihn. So. Jetzt nur mit uns reden. Ja, gute Arbeit. Ich bewundere dein strategisches Geschick und deine beiden Monster-Ausrüstungen. Finde ich ziemlich interessant. Äh... Eine Woche nicht gespielt, entschuldige Steuerung vergessen. Ähm... Wenn ich mal eben kurz was ansprechen darf... Darf ich nicht. Sieh dir anders an. Die Bibliothek des Dungeons sollte sich hinter dieser verschlossenen Tür befinden. Der Schlüssel befindet sich vermutlich in einem anderen Teil des Festungs-Dungeons. Ich werde mich hier kurz ausruhen und mir ein paar neue Strategien für meine Monster überlegen. Ähm... Diese Woche kam ja Harvest Moon als Projekt bei mir auf dem Kanal. Es wird auch nur bei dieser Woche bleiben, weil das Projekt nicht so gut ankam. Ich wollte erst mal testen, wie gut das jetzt bei jedem ankommt und... Ja. Da hat man irgendwie nur bei der ersten Folge wirklich ein Interesse und danach hat man keinen Bock mehr darauf. Deswegen... ist das Projekt von der Liste runter. Das sieht übrigens aus, als ob man es kaputt machen kann. Nein. So, ich gehe hier durch. So, jetzt bin ich gleich wieder ganz oben. Jetzt muss ich hier in dem Fest... Ach, ich wollte den Kampf hier doch gar nicht. Ich überspringe mal eben kurz. So, Kampf geschafft. Wieder kein Ei. Aber ein Level Up für Cypher. Was könnte ich dir denn eben kurz geben? Na komm, besserer Flammenschlag. Ich gucke gerade von der Karte müsste ich hier nach oben, weil da habe ich noch nicht erkundet. Warum benutze ich eigentlich ihn? Warum benutze ich ihn? Ich will den. So, jetzt habe ich heute immer den richtigen. Fledermäuse. Die hatte ich, glaube ich, noch nicht. Nachtflügler heißen die. Eine Feuer- und eine Wasserschwäche ist hier vorhanden. Ich habe nur einen mit Wasser und nur einen wirklich mit Feuer. Na komm, dann packe ich hier noch oben drauf. Und mache einmal einen Flammenschlag. Stimmt, wenn ich die Kombo jetzt richtig weit hoch haue, dann kann ich mit einem Flammenschlag auch beide Flügler one-hitten. Aua. So, Federsturm auf den Ritter. Dann den Eishagel. Er hat sogar Frost gekriegt. Flammenschlag. Killt nicht direkt alle. Okay. Der Ritter und der eine Flügel sind aber jetzt auf jeden Fall tot. Der Kampf geht schnell. Hm. Und wenn Monster einfach mittlerweile zu stark sind. Der Eishagel auf den. Weil er eh tot ist. Federsturm auf den. Und Feuerwehrsturm. Eindeutiger Kill. Und kein Ei erhalten. Mann. Da komme ich nicht hoch. Sind da nur Ritter? Da ist auch wieder so ein Nachtflügler. Soll ich versuchen, den Ehen zu holen? Ja komm, aber den Kampf erspare ich euch. So, hab die jetzt mal eben kurz umgenietet. Hab leider wieder nicht das Ei bekommen. Dabei habe ich diesen Nachtflügler innerhalb von Sekunden weggeratzt. Hier ist schon ein anderes Gebiet. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Schlüsse sein kann. Aller höchstens da links vielleicht. Hm. Ich geh mal da hin. Äh. Ich bin jetzt noch nicht genau da, wo ich hinkommen wollte. Aber ich habe ein Ei bekommen. Und einen dieser Augenviecher. Und das wollte ich jetzt mal öffnen. So. Heute ist Zip mal dran. Die sehe ich auch oft in den Kommentaren. So, was kann der denn? Also ich weiß, alle Elemente. Was auch mega stark eigentlich ist. Ja hier. Erde, Wasser, Feuer und Wind. Der kann alle vier. Ja, Hochspannung. Wieder zwei Attacken hole ich mir alle. Spuren, Wolke trifft alle und macht den Debuff. Ja, klingt gut. Ich kann mal jedem halt hier auch noch holen, dass es alle trifft. Ja, habe ich mir auf jeden Fall jetzt mal geholt. Okay. Die was machen und Schaden runter. Das klingt fies. Schock macht auch gleichzeitig Gift. Dann holen wir noch Doppeltreffer. Aber momentan habe ich noch keinen Grund, ihn ins Team zu holen, um ehrlich zu sein. So. So. Ich hole mir endlich mal die Krallen, damit ich mal schreddern haben kann. Und du? Du brauchst eigentlich eine stärkere Luftsiche. Aber diese Eisschwere hätte ich auch ganz gern. So. Jetzt machen wir hier mal den Blitzschlag. Höhe. Und was geben wir dir noch? Ich hätte gern diesen Angriffsschild. Dafür brauche ich Prügeleit zu Level 2. So. Jetzt wieder ein Cut, bis wir da sind. Ähm. Ja, Leute. Ich bin jetzt da, wo ich hin wollte. Nur bringt mir das nix. Ich war dann nämlich gerade drin. Da war nämlich Sackgasse. Ähm. Ja. Ich kann ja hier jetzt nochmal auf den Dungeon gucken. Aber ich sehe jetzt nicht, wo ich sonst noch wirklich hin könnte. Ich weiß ja, dass da unten auch nur hier nach oben geht und ich nicht weiß, wie ich dran komme. Ich denke mal, ich muss als nächstes in den Hütertemper zurück und dort eine Prüfung ablegen. Ist meine Vermutung. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass es das mit diesem Part war. Ich hoffe, jeder hat Spaß mit dem Zusehen. Wenn ja, Abon und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.